Hier sind Enten. Das ist eine Liegewiese. Das ist ein schöner Strand hier. Hinten ist die Fraueninsel. Und da ist das Kloster von der Herreninsel. Und dahinter ist Prien ganz hinten. Und hinter dem Schloss links, da ist das Herrenschloss von Ludwig dem Sonnenkönig. Hier wird es jetzt flach, aber ihr seht mal, wie sauber das Wasser ist. Und hier ankern immer die Segelboote. Und wir sitzen jetzt hier schön in unserem Drehboot. Mal aufpassen, dass wir jetzt nicht mehr aufgehen hier. Hier ist es jetzt schon nicht mehr flach. Äh, tief. Eine Untiefe, gell? Das Boot hat zwar keinen Tiefgang, aber... Und sind jetzt hier diese Yachten. Weil die Yacht ist auch nicht so toll. Die brauchen dann wieder so ein Kunststoffboden, um sich an den Strand hier zu legen. Das ist praktisch die Bayerische Insel. Wie ich aus Haramykonos hier. Das ist auch jetzt schön warm zum Baden. Hier drüben ist auch eine Wirtschaft oben. Auf dem, wo das Grundgesetz gemacht worden ist. Den Herrenstift. Und wir gehen jetzt hier unter den Bäumen Sonnenbaden. Hier ist natürlich ziemlich flach. Müssen wir schauen, dass wir schön hinkommen. Ja, wieso denn? Ja, wieso denn? Wieso denn? Wieso denn? Ja, jetzt DM? Mama ist schon seitdem. Sorry, die floor hat. Mein zählt nicht nur noch. Ich bin garip tiger. Vielleicht bist du zu, was den Sohn dabei. Du nachdenesiag. Du hast alles.